Guten Abend und natürlich herzlich willkommen bei JFT Brokers zu unserem nächsten Webinar heute am, was haben wir denn heute? Ja genau, den 17. Mai 2017 und 20 Uhr, heute eine Stunde später als mal im letzten Monat. Na und wer redet? Mein Name ist Stefan Friedrichowski auf diesem Sendekanal hier bei JFT Brokers, die für uns alle eine solche schöne Webinar-Reihe oder diese ganzen vielen Webinare ermöglichen. Wie ihr wisst, haben wir da zahlreiche Angebote und unterschiedlichste Referenten. Naja und heute bin ich halt mal wieder zugegen, sowie dann nächste Woche auch nochmal und wem es vielleicht sogar lieber ist, aus welchen Gründen auch immer, die Webinare gibt es wie immer in Englisch und in Deutsch. Also heute ist Deutsch dran, morgen dann Englisch und nächste Woche ist es dann mit dem nächsten Webinar soweit. Ja, also wir haben wieder ein spannendes Thema vor uns, nämlich heute geht es um Trendfolgestrategien und ich hoffe auch, dass hier erstmal so prinzipiell hier alles technisch funktioniert. Also zumindest habe ich hier erste Rückmeldungen in dem Chat, dass es so sein soll. Ja, ein paar Vorbemerkungen jetzt doch nochmal eben schnell, bevor ich wirklich auf die Trendfolgestrategien eingehe. Ich habe wie immer die Folien, die Slides, die ich hier auch präsentiere, die sind auch schon wieder zum Download bereit. Das heißt, ihr könnt die jederzeit hier runterladen aus dem GoToWebinar-Control-Panel und natürlich, wie ihr seht, gibt es hier schon gleich auf der ersten Folie auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Gerne könnt ihr mich da auch direkt kontaktieren, fragen, was auch immer ansteht, einfach auf mich zukommen oder auch halt einfach an den Support von JFD. Jederzeit und natürlich immer wieder gerne. Ansonsten wäre auch im Nachgang, die Aufzeichnung landet immer morgen dann auch auf dem YouTube-Kanal von JFD. Und da gibt es ja ohnehin dann wirklich schon mittlerweile zahlreiche und wirklich inhaltlich hochwertige Dinge. Und so wollen wir natürlich heute auch weitermachen. Trendfolgestrategien. Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt nicht unsere Trends? Und dem einen sind sie Freund, dem anderen vielleicht sogar Feind. Der, der auf die große Umkehr wartet und immer wieder wartet, dem sind sie dann vielleicht dann doch irgendwann eher Feind. Aber wir sollten uns das Ganze mit den Trendfolgestrategien genauer anschauen und ich will auch zwei Grundideen vorstellen, wie man hier sehr, sehr gut zurechtkommen kann und das dann auch durchaus sehr erfolgreich. Naja, einmal, wie ihr wisst, muss ich natürlich mal kurz wieder diese Folie zeigen. Also wir reden wie immer hier über Strategien und schließlich und endlich gilt natürlich wie immer der Satz, wenn ihr in eurem Konto handelt, tut ihr das natürlich auf eigenes Gelangen hin und niemand anders. Also von daher soll auch dieser Risk Disclaimer hier natürlich einmal gezeigt werden. Ich kriege hier gerade schon zugereicht Trends. Na, die sind doch voll im Trend. Genau, dem wollen wir uns natürlich heute hier anschließen. Bevor wir aber jetzt endgültig hier ins Thema einsteigen, will ich nochmal kurz, weil wir hatten jetzt schon zwei Webinar-Themen in der Vergangenheit, nämlich einmal Pair Trading, Rent, WTI und die Sachen findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal. Es ist vielleicht mal Zeit, kurz auf die Strategien, die ich denn gezeigt habe, auch hier mal ein bisschen live zu zeigen. Also die andere war dann die DAX Seasonal Daily Strategie. Beide Strategien werden auch gehandelt, nicht hier, sondern da müssen wir nochmal kurz ein bisschen hier switchen. Und da haben wir zum einen auch mal den Pair Trade, Rent, WTI. Da stehen wir im Moment gerade mit 64 Euro im Plus. Kein Trade läuft. Alles zufriedenstellend läuft, wie es sein soll. Also leichtes Plus. Wir haben jetzt hier drei Wochen oder so mit der Strategie bisher verbracht. Sind einige Trades gelaufen. Und wie es immer so ist bei solchen Ansätzen oder eigentlich wie bei allen Ansätzen. Es wäre schön, wenn man einen Ansatz hätte, der einfach nur einen Gewinn-Trade nach dem anderen abfeuert. Aber wir wissen alle, das ist völlig irrsinnig und kann und wird nie so sein. Von daher erstmal prinzipiell im Rahmen. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und dann gibt es natürlich auch noch den DAX Seasonal. Den habe ich in zwei Varianten. Ich handele die im Moment sozusagen noch einfach munter weiter. Nämlich einmal die Variante, die auf dem echten Future, also auf dem CFD, auf dem Future angeboten wird. Mit der Begrenzung, dass wir als Volumen natürlich immer nur einen ganzen Kontrakt handeln können. Denn da sind wir im Moment hier mit 373 Euro vorne. Heute natürlich wieder ein genialer Trade. Kann man ja nicht anders sagen. Also ein Short Trade heute, der dann entsprechend gut anläuft. Und dann um 22 Uhr auch noch beendet wird. Da sollte jetzt nicht mehr so viel anbrennen. Und schließlich und endlich wird die Strategie dann auch mal noch umgesetzt werden. In einem ganz, also so wie ich es mir auch eigentlich vorstelle. Dann einfach auf dem Cash, wo wir auch kleinere Stücklungen machen können. Das Konto läuft jetzt erst seit ein bisschen mehr als einer Woche. Läuft auch gut an. Steht jetzt mit 29 Euro im Plus. Da können wir dann auch kleinere Lot Sizes handeln. Also die Komma-1-Varianten. Von daher passt auch. EAs sind vorbereitet. Kann also mit den Strategien dann entsprechend live gehen. So, jetzt will ich hier nicht zu viel über altes Zeugs reden. Aber ich will einfach auch ein bisschen immer sagen, wenn ich hier schon über Sachen rede, dann ist es nichts, was ich nicht auch wirklich so verfolge. Sondern mir geht es immer darum, auch ein bisschen Transparenz zu zeigen. Das ist halt das, wofür auch JFD steht. Wofür ich stehe. Und von daher darf man da durchaus mal auch einen Blick wieder in die echten Konten werfen. Anderes habe ich gerade auch schon mal hier in den Minuten vor Beginn des Webinars mal sozusagen im Stummen gezeigt. Also da läuft einiges. Es wird eine spannende Zeit. Da dürft ihr gespannt sein, was da noch alles auf uns, auf euch, auf wen auch immer alles zukommt. So, jetzt aber nochmal ab ins Thema Trendfolgestrategien. Ich will eigentlich drei Dinge hier bearbeiten. Nämlich einmal wirklich einfach direkt zwei Strategien für die praktische Umsetzung, für den täglichen Handel. Gerne auch auf verschiedenen Zeitebenen und mit einer unterschiedlichen Ausrichtung. Und beides sind in dem Fall auch wirklich diskretionär gemeinte Strategien. Das heißt, sie haben kein in Stein gegossenes Regelwerk, so wie unsere letzte Strategie, die DAX Seasonal, der ja wirklich einfach ein fixes Regelwerk hat, wo man sich den Wochentag anschaut. Stop-Loss weiß man auch vorher, wie viel Prozent und 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 nennen. Hier ist es eine Hilfestellung. Das ist das, was ich heute geben möchte. Eine Hilfestellung fürs diskretionäre Traden. Und was wir in Summe erwischen wollen, sind Trends. Die zwei Ansätze, Multiple EMA und Lead Lag. Ich benutze bewusst bei beiden die englischen Namen, weil die auch durchaus in Summe gebräuchlicher sind, als wenn ich sage Stärke-Schwäche. Da denke ich irgendwie irgendwas anderes, aber egal. Lead Lag-Strategie, so wird sie auch im Allgemeinen bezeichnet. Und Multiple EMA, also ein mehrfacher EMA-Ansatz. Aber bevor wir natürlich jetzt in die eigentlichen Strategien gehen, will ich nochmal kurz darauf eingehen, warum sind eigentlich Trendfolgestrategien so wichtig? Und für uns als Trader eigentlich durchaus sehr, sehr interessant. Zum einen, und ihr wisst alle, dass ich ziemlich nah an der Statistik gebaut bin, gewissermaßen, und Sachen immer auch gerne statistisch ableite. Durchaus hier mal gleich am Anfang eine Zahl, die man nicht ganz so sauber ableiten kann. Aber ich will sie mal nennen. So richtige Trends, also das, was eigentlich nachher die Trendfolgestrategien ausleben wollen und davon auch dann entsprechend profitieren wollen, die sind gar nicht so häufig. Also man kann so grob sagen, nur ein Drittel der Zeit, haben wir eigentlich wirklich saubere Trendphasen im Markt. Was haben wir ansonsten? Naja, dieses zähe Seitwärtsgedöns, ich sage es mal ganz bewusst so lapidar, das was, wo man dann endgültig verzweifelt und ohnehin vor dem Bildschirm hängt und denkt sich, mein Gott, hier weiß man ja gar nicht, was man tun soll. Kenne ich auch natürlich alles. Und in der Tat machten die Trendphasen, wenn man denn mal eine leichte Definition voraussetzt, in Summe sogar den geringeren Anteil aus, als dieses Rumgewackel, dieses Rumgeeier, was manchmal ein ganzes Jahr lang auf einem Tagesschart anhalten kann. Das ist also trotzdem nur 30 Prozent der Zeit. Und trotzdem stehe ich hier, oder genau genommen ich sitze, und sage, nein, Trendstrategien ist das, was wir brauchen und auch sehr, sehr gut verwenden können. Der eigentliche Grund dahinter ist nicht, weil ich irgendwie verliebt in Trends bin oder weil ich Börsensprüche kenne wie The trend is your friend oder irgendwie ähnliches. Nee, das sind ganz andere. Der eigentliche Grund, warum ich persönlich Trendfolgestrategien auch gut und richtig und wichtig finde, ist, sie stellen eine Abweichung vom Zufall dar. Wer schon mal so einiges von mir gehört hat, weiß, dass wenn ich von Zufall rede, dann meine ich, na ja, so Börsenkurse sind schon auch viel wie Zufälligkeit. Sie sehen nicht nur so aus, nee, sie sind es sogar tatsächlich. Also jetzt tatsächlich in dem Sinne, nicht, dass irgendwo auf der Welt irgendjemand würfelt und sagt, der Euro-US-Dollar macht jetzt einen Bib nach oben, sondern es geht um die Wirkung. Also es geht um die Art, wie sich ein Börsenkurs darstellt. Die Art, wie er im Unterschied zu einer reinen Zufälligkeit aussieht. Da stellt man nämlich fest, hey, der Zufall ist wahnsinnig nah dran oder besser gesagt umgekehrt, der Börsenkurs ist von egal welchem Underlying, sehr nah am Zufall dran. Aber die Trends bilden eine Ausnahme. Wir haben in unserem, unser tägliche Brot, in unseren Underliings, Trends, die zwar prinzipiell auch zufällig sein könnten, ausschließen kann man, kann ich natürlich auch überhaupt nichts. Ich kann auch nicht ausschließen, dass jemand hundertmal in Folge beim Münzwurf einen Kopf nach oben macht. Ausschließen kann ich das nicht und ungewöhnlich wäre es natürlich schon. Aber Trends sind das, was eine Abweichung von dieser Zufälligkeit darstellen. Und immer wenn etwas genau nicht mehr wie die Zufälligkeit sich darstellt, haben wir als Trader die Chance. Weil jetzt sind wir raus aus diesem Rumgeier. Jetzt sind wir raus aus der Zufälligkeit. Und das ist der wahre Grund, warum ich wiederum ein Fan von Trendfolgestrategien bin. Sie lassen sich nämlich für uns tatsächlich sinnvoll nutzen. Ich will mal kurz eine Folie, die ich eigentlich aus dem letzten Webinar hatte, einfach nur zeigen. Damit wird es auch nochmal deutlich. Die Folie hatten wir letztes Mal, wo weiß ich nicht, zwei, drei Wochen bei der DAX Seasonal. Und da haben wir einfach mal den DAX hier für die letzten 16 Jahre. Und es soll einfach nochmal einladen zu sagen, hey ja, Trendstrategien sind irgendwie gar nicht verkehrt. Und ihr wisst meine Bemerkungen, dass ich sage, natürlich im Nachhinein ist immer alles einfach. Und jeder von uns malt hier die fünf bis zehn Trades ein, die sowas von genial sind, dass man sich ärgert, warum hat man die denn nicht gemacht. Aber ihr wisst auch natürlich alle, im Nachhinein ist es immer sehr einfach. Nichtsdestotrotz, jetzt legen wir uns mal einmal hier zurück und gucken ein bisschen aus Distanz auf den Chart. Dann sieht man natürlich schon sehr, sehr schöne Trendphasen. Und genau diese Trendphasen sind die, die wir jetzt im Blick haben. Nur, dass wir jetzt von den Zeitebenen gleich ein bisschen kleiner werden. Also wir gehen runter. Ich mache nachher mal ein Beispiel sogar bis auf M15. Auch wenn ich das nicht unbedingt jedem ans Herz legen möchte, auf so kleine Zeitebenen runterzugehen. Aber wir gehen runter unter den Daily, vielleicht H1, H4, wo auch immer ihr genau unterwegs seid. Und auch da gibt es natürlich diese Trends auf allen Zeitebenen. Und die sind dann vielleicht natürlich auch nicht so lang, dass sie hier gleich drei Jahre dauern. Diese Trends, um die geht es. Und da wollen wir frühzeitig rein. Und die zwei Ansätze, die ich auch ein bisschen zeigen will, ist, der eine ist quasi universell, der kann auch gerne auch auf dem DAX oder sonst wem verwendet werden. Wenn der zweite Ansatz dann schließlich und endlich nur für den Forex-Markt gedacht ist. Aber ohne das Bild hier jetzt genau zu analysieren, glaube ich, wir wissen alle, wenn wir von einem Trend reden, was wir meinen. Und ich will auch gar nicht hier über Markttechnik rauf runter reden, um den Trend irgendwie genauer zu beschreiben. Trotzdem nochmal die Problemstellung. Das Problem, im Nachhinein sieht man immer jeden Trend. So wie gerade. Diese fünf bis zehn Trades im DAX kann jeder einmal. Der Lösungsansatz, um jetzt frühzeitig den Trend zu identifizieren, wird genau die Strategie 1, der Multiple EMA. Hey, dass wir frühzeitig reinkommen, liegt daran, dass wir auch ein bisschen Risiko eingehen. Da will ich gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also es geht darum, den Trend früh zu erwischen, als erstes. Im Zweiten geht es um die Frage, Hey, wir handeln ja alle, also ich persönlich zumindest, sehr, sehr gerne auch Forex rauf und runter. Wir haben Währungspaare. Da ist die Auswahl des Universums sozusagen fast unendlich groß. Ist es natürlich nicht, aber wir haben wirklich viel, viel Auswahl. Das Problem ist, da verliert man schon fast die Übersicht. Wir haben Währungspaare, die wir handeln können, die sich auch gut handeln lassen. Ich will gar nicht auf die totalen Exoten. Also ich will jetzt nachher nicht auf schwedische Kronen gegen türkische Lira oder irgendwie sowas. Sondern da geht es um die Frage, wie können wir die Selektion eigentlich professionalisieren und vor allen Dingen standardisieren, dass wir wirklich schnell wissen, Hey, welches Währungspaar lohnt sich denn hierher? Ist es denn jetzt gerade der Euro-US-Dollar oder ist es US-Dollar gegen japanische Yen? Und um das wirklich zu identifizieren und rauszufiltern, gibt es einen schönen Lösungsansatz. Da sollte ich allerdings nicht den gleichen Titel wählen, sondern natürlich ist das dann die Strategie 2. Das gehen wir natürlich auch an. Was beiden gemeinsam ist, das ist mir ganz wichtig, das hier schon mal im Vorfeld zu sagen, wenn wir über die CRVs reden. Wenn wir Trendstrategien traden, dann kann ich euch im Vorhinein sagen, mit kleinen CRVs wird man nicht glücklich. Das heißt, schon im Vorhinein kann ich direkt sagen, egal um welche Trendstrategie es geht, wir brauchen in der Regel CRVs von mindestens 3 zu 1. Das heißt, der potenzielle Gewinn soll dreimal höher sein als der potenzielle Verlust. Damit kann man schon gleich ableiten, hey, das heißt ja im Umkehrschluss, die Trefferquote ist irgendwie nachher nicht der Brüller. Also um es mal mathematisch zu sagen, die Trefferquote muss 25% sein, wenn wir mal alle Kosten beiseiten lassen, 25% sein, damit wir bei Break-Even sind. Das heißt, dass wir weder Gewinn noch verlieren. Wenn ich mit einer CRV von 3 zu 1 reingehe. 25% denkt immer jeder, ja, die schaffe ich ja locker. Nee, nee, ist eben nicht so. Ganz so einfach ist es nicht, und erst recht nicht, wenn ich auf dieses CRV schiele. Wir brauchen aber für diese Trend-Folgestrategien, wir brauchen diese mehreren Versuche. Da sind wir weit weg davon, dass wir die Trades alle schön systematisch in den Gewinn traden. Nee, wir brauchen Versuche. Wir brauchen einen Stop-Loss, der sicherlich nicht zu eng ist, aber im Verglichen mit dem Ziel dann doch eher eng ist. Wir wollen ja nachher den Trend mitnehmen. Also, wir wollen einen größeren. Wir zielen hier auf größere Gewinne. Und das geht nur, wenn wir einen CRV in dieser Größenordnung oder sogar noch größer haben. Heißt aber, ich wiederhole es ganz bewusst, unsere Trefferquote wird nicht riesig sein. Um Gottes Willen, schaffen wir nicht. Das ist schon, wenn man an die Psychologie des Traden geht, schon gleich schon wieder die erste Herausforderung. Wir gehen Trades ein, von denen die Mehrzahl im Verlust landet. Aber wir wollen natürlich auch die Trades haben, wo wir dann den dreifachen Gewinn einfahren. Und das sind dann die Trades, die uns in Summe hier nach oben bringen. So viel aber nochmal wirklich vorweg. Trendfolgestrategien gehen einher mit CRVs größer 1 und aus meiner Sicht sogar eher sogar immer im Bereich von 3 und aufwärts. Nur dann können wir diese Trades auch oder diese Trends auch reiten und dann wirklich nach vorne bringen. Mal gleich in die erste Strategie. Die erste Strategie, und ich will es auch gleich sofort praktisch zeigen, nehme ich dann auch im MT4. Also ich wechsle gleich hier auch den Screen und gehe direkt ins MT4. Diese Multiple EMA-Strategie hat eine Aufgabe. Die hat sozusagen ein Zielkorridor, etwas, was sie adressieren will. Und zwar will sie die Korrekturen erwischen. Ich könnte hier natürlich die üblichen Zickzack-Bewegungen für einen Aufwärts- und Abwärtstrend malen. Und dann ist auch sofort klar, was ich ja meine. Brauche ich aber nicht malen, weil die kennt ihr. Also ein schöner Aufwärtstrend. Es läuft nach oben, kommt ein Rücksetzer und geht dann wieder weiter nach oben. Ideal im Einstieg sind natürlich diese Rückläufer. Das heißt, einerseits haben wir jetzt schon den Vorteil, wir wissen, wir sind in einem Trend, beispielsweise in einem Aufwärtstrend. Und andererseits erfolgt jetzt ein Rücksetzer. Ja, und genau das ist doch das, was ich am liebsten dann habe. Ich habe schon die erste Bestätigung, ich bin im Aufwärtstrend. Und jetzt kommt der Rückläufer. Das heißt, ich komme günstiger rein, als einfach nur auf den Zug aufzuspringen. Theoretisch kann man ja auch einfach sagen, okay, ich lege einen EMA rein und warte auf Kreuzen des EMAs oder ich handele die Steigung des EMAs oder irgendwie sowas ähnliches. Neben. Hier geht es darum, ich möchte die Korrektur sehen und die Korrektur als Einstieg nutzen. Und dadurch habe ich dann den günstigeren Einstieg. Ich zeige es auch gleich nochmal im Chart, weil wir haben Beispiele ohne Ende, wo man das super deutlich illustrieren kann. Das Hilfsmittel, um diese Korrektur zu visualisieren und nichts anderes ist es, sind jetzt einfach gleich diese vier verschiedenen EMAs mit der unterschiedlichen Periode, die genau so gewählt sind, wie er es schon erahnt. Das ist einfach immer verdoppelt. 20, 40, 80, 160. Was ich dann erzielen möchte ist, ganz einfach, die EMAs sollen sich einschnüren. Wird gleich deutlich, sobald ich den Chart zeige. Die EMAs sollen zusammenlaufen und wenn das passiert, habe ich eine Korrektur. Und das ist mein Ausgangspunkt. Und den will ich dann traden. Es stellt sich noch die Richtung des Trades. Es ist nicht mal ganz so einfach, deswegen gebe ich hier mal eine Hilfestellung. Und die sei es einfach in die Richtung des langsamsten EMAs. Stopploss ziehen wir uns aus dem Chart. Machen wir uns mal direkt vertraut damit, indem wir uns das mal an einem praktischen Beispiel angucken. Nicht erschrecken, wenn ich jetzt auf meinen MT4 wechsle. Ihr seht wahnsinnig viele Charts. Will ich aber ein bisschen auflösen. Das heißt, ich mache mal einen Groß. Damit wir nicht gleich hier auf so viel hier gleichzeitig gucken. Da kommt ja dann kein Mensch mehr mit klar. Ich lasse das mal bewusst hier so halb. Zunächst noch kriege ich eine Zoom-Stufe mehr. Ja, so geht es auch. Dann habt ihr wahrscheinlich auch noch, wie bei mir, das Control-Panel daneben und den Chart immer noch schön sichtbar. Worüber wir eigentlich reden, kommen wir gleich nochmal zu. Aber wir haben hier sozusagen das Musterbeispiel für die Multiple EMA-Strategie. Natürlich muss man immer, nehmt das auch mal als kritische Bemerkung mit, natürlich immer ein Vortragender wählt sich ein Beispiel, was gerade so schön ist. Logisch. Soll ja auch funktionieren, was er zeigt. Insofern immer auch gerne kritisch hinterfragen. Ich zeige dir aber nachher auch Beispiele, wo mal ein paar Fehltraids rausgekommen wären. Hier erkennt man nur so herrlich die Logik. Wir haben einen Aufwärtstrend. Klar. Wir haben die vier verschiedenen EMAs hier im Chart eingemalt und ich male die dann auch nochmal verschieden dick, damit ich so ein bisschen besser die Zuordnung immer ad hoc habe, welcher zu wem gehört. Naja, wenn ich jetzt an diesem Beispiel über Einschnürungen rede, brauche ich wahrscheinlich nicht mehr lange definieren. Natürlich sieht man diese Einschnürungen hier lupenrein da. Also wirklich mustergültige Einschnürungen. Und was zeichnen diese Einschnürungen aus? Also natürlich, jetzt erst mal wieder ein bisschen mathematisch, dass die vier EMAs zusammenlaufen. Das heißt, die kommen gegenseitig näher. Aber jetzt gucken wir das mal wieder ein bisschen auch aus dieser mehr markttechnischen Brille an. Na, da sind doch genau die Korrekturen. Hier würde doch jeder, der sonst halt Linien in den Chart malt, halt so eine schöne Zickzackbewegung reinmalen. Und genau das ist das, was wir uns sozusagen in der Hilfestellung bauen wollen, um halt genau diese Trades zu identifizieren. Und genau das tun wir hier. Und wie geht man jetzt vor? Naja, ich habe jetzt hier keine hundertprozentige, also in einem mechanischen Sinne Regel, wie ich hier den Trade ableite. Es geht mir nur darum, zunächst mal kommt die Einschnürung. Und wenn wir uns mal hier so eine Einschnürung angucken, dann geht man auch tatsächlich zum Beispiel Market in den Trade. Wenn wir das da mal machen, nehmen wir uns mal irgendwie, auch gar nicht vielleicht den allerschönsten Fall, hier in der Historie, wo man einen solchen Trade hier gerade eingegangen wäre. Lassen wir mal kurz gucken, warum der jetzt hier gerade so ein bisschen hin und her wackelt. Nein, lassen wir ihn so. So, da haben wir immer noch den Trade. Und ich will jetzt durchaus mal eine Stelle nehmen, als wenn wir an einer ungünstigen. Wir gehen sogar hier hin und sagen, okay, wir gehen Market in den Trade. Natürlich, wie würde man diesen Trade genauer illustrieren? Ich bin bewusst jetzt hier nicht in die schönste Stelle. Also hier an dieser Stelle gehe ich meinen Trade ein. Und einen Stop-Loss nehme ich mir durchaus aus dem Chart. Das heißt, ich mache jetzt nichts anderes, wie zum Beispiel, ich nehme das letzte Tief. Da wäre dann ein Stop-Loss für diesen Trade. Naja, und jetzt mache ich nichts anderes, wie, ich habe gesagt, mindestens Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 3. Also einmal, also einmal nach oben abgetragen, zweimal, dreimal, ungefähr da. Verzeiht mir, dass ich das jetzt hier einfach nur grafisch mache, aber ich will einfach mal einen solchen Trade beleuchten. Der natürlich hier super funktioniert hätte und ich käme super gut mit diesem Trade auch klar. Einschnürung abwarten und dann einen Trade in die Richtung des langsamsten EMAs als Hilfestellung eingehen. Das will ich jetzt nicht auf die Goldlage legen, in die Richtung des langsamsten EMAs. Weil, dass wir hier einen Long Trade eingehen sollten, in dieses Ding. Auch wenn jetzt vielleicht hier mal so gerade die Steigung vielleicht von dem langsamsten EMA negativ wird. Darum geht es mir jetzt nicht. Dass wir hier in einem Aufwärtstrend sind und damit sich jeder Short Trade verbietet für eine Trendfolgestrategie, ist offensichtlich. Und genau das wollen wir natürlich hier machen. Und genau so sehe dann ein solcher Trade aus. Und ihr seht, was man einfach macht. Man nimmt sich einen Chart, nimmt sich diese vier EMAs. Und dann wird dieser Chart auch automatisch sprechender. In dem Moment, wo man nämlich diese ganzen Linien sieht. Dass es tatsächlich relativ einfach geht. Deswegen auch nochmal kurz wieder diese große Übersicht, wie sie jetzt hier gerade bei mir aktuell zu sehen ist. Dann kann ich nämlich relativ schnell erkennen, wo lohnt es sich jetzt vielleicht mal näher zu gucken. Und wo lohnt es sich jetzt nicht hinzugucken. Ich bleibe wieder an meinem Beispiel, was ich gerade hatte. Wir haben die gerade übrigens die ganze Zeit auf den Euro-Australischen Dollar in H1 geguckt. Wenn ich jetzt sehe, dass hier schon so eine große Auffächerung ist, weiß ich, brauche ich mir denen gerade nicht genauer angucken. Damit erkenne ich hier schon gleich einen Haufen Underlines, die gerade alle nicht in Frage kommen. Ist ja auch schön. Dann kann ich mir allerdings immer noch die vornehmen, die vielleicht gerade hier so zusammenlaufen. Also, nehmen wir mal Euro-Schweizer-Franken. Auch wenn das nicht mein Lieblingsbeispiel ist. Machen wir den mal groß. Und gucken wir uns den an. Und den kann ich jetzt gerade nicht mehr rückskalieren. Okay. Da haben wir nämlich genau gerade die Situation. Gehen wir mal ans Ende des Charts. Falls ihr auch gerade hier sozusagen Sichtschwierigkeiten bekommt, dann schiebt mal kurz das Control Panel einfach beiseite. Wir hatten hier in der Mitte eine letzte Einschnürung und aktuell gerade nehme ich auch wieder eine. Und jetzt wollen wir nämlich hier, weil wir es jetzt aktuell gerade auch haben, will ich es auch mal an dem Beispiel durchaus nochmal beschreiben, wie ich jetzt einfach vorgehe. Also, Einschnürung liegt vor. Prima. Wenn man jetzt sogar während dieses Webinars hier gerade sind, okay, dann würde ich sagen, hey, wir haben sogar gerade zwei Kerzen, die gerade nach Süden gelaufen sind. Schön. Auch gut. Ich will ja wenn, ein Long Trade machen. Short Trade verbietet sich jetzt für mich. Dass jetzt hier gerade die Steigung vom langsamsten EMA sogar nach Süden geht, geschenkt. Wir sind in einem Aufwärtstrend. Wir sind in einem Aufwärtstrend. Für dieses Währungspaar sind wir gerade in einem Aufwärtstrend. Ich würde hier keinen Short Trade anrühren. Na ja, und jetzt haben wir es wieder einfach. Wir machen es einfach dann nach technischer Analyse. Wir legen den Stop-Loss hier einfach unter das letzte Tief, vielleicht ist es auch nicht so tief. Und haben dann automatisch einen Stop-Loss für den Trade. Wie immer, es gilt kein Trade ohne Stop-Loss. Und könnten jetzt Market in diesen Trade reingehen. Und so funktioniert es. Einmal sich ein solches Profilbild hier erstellt, wie auf meinem gesamten Schirm. Und dann aktuell kann man relativ schnell rausfiltern. Euro, US-Dollar, zum Beispiel hier unten in der Bildmitte, keine Chance. Riesen Auffächerung. Brauche ich mir nicht angucken. Nicht für diese Strategie. Den, unser Beispiel Schweizer Franken hatten wir gerade schon. Angucken könnte man sich. Australischer Dollar, kanadischer Dollar. Läuft gerade zusammen. Das heißt, ihr seht, auch wenn, ich mache hier keine Chart-Analyse in diesem Bild, in dem gerade hier 20 Charts gleichzeitig zu sehen sind. Um Gottes Willen. Das Ding an einem solchen Screen, dem braucht man sich auch nur ein oder vielleicht zweimal am Tag auf H1-Ebene angucken. Öfter ist das gar nicht nötig. Ich komme in recht kurzer Zeit zur Identifizierung meiner Kandidaten. Und das will ich erreichen. Kandidat, australischer Dollar, kanadischer Dollar, hier oben Euro, Schweizer Franken, hatten wir schon. Kandidat, britisches Pfund, australischer Dollar. Britisches Pfund, US-Dollar, schon wieder zu weit gelaufen. Also dafür sind wir jetzt gerade zu spät. Nächste Zeile. Angucken könnte man sich noch. Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Aber ansonsten auch nichts. Dann nächste Zeile. Alle schon wieder auseinandergefächert. Letzte Zeile. Bleibt nur ein interessanter Kandidat. Australischer Dollar, US-Dollar. Und damit sind wir dann durch. Das heißt, ihr habt eine ganz einfache und recht schnelle Methode der Filterung, die Trends zu erkennen. Genau genommen sogar die Einschnürung des Trends. Also die Korrektur im Trend. Und das sind die besten Einstiege, weil sie dann früh erfolgen. Das ist also schon mal grundsätzlich die eine Methode. Ich möchte gerne empfehlen, hier nicht weiter runter zu gehen in den Zeitskalen. Bleibt lieber H1 aufwärts und nicht H1 abwärts. Mein Beispiel Euro, Schweizer Franken. Ich lese mal gerade vor, weil hier gerade auch ein Kommentar dazu kommt. Aber ist der Schweizer Franken oder die japanische Yen nicht auch eine Fluchtwährung? Ich meine, Aktienindizes sind überhitzt. Also wenn die runtergehen, würde ja zum Beispiel der Schweizer Franken steigen. Sollte man das nicht berücksichtigen. Also gerne und auf jeden Fall spricht überhaupt nichts gegen. Das hängt jetzt ein bisschen, das will ich auch ganz bewusst so sagen, auch von dem grundsätzlichen Trading-Stil ab. Was meine ich damit? Machen wir ruhig einen kurzen Exkurs dazu. Ich bin jemand, der auf die Querverknüpfungen nicht ganz so viel Wert liegt. Das heißt nicht, dass ich im diskretionären Trading nicht da auch Wert drauf lege. Das heißt auch, ich frage mich genau solche Fragen wie Fluchtwährung. Ich würde es ein bisschen anders hier beschreiben. Also den einen Satz, den gehe ich mit. Schweizer Franken, Fluchtwährung, gerne. Japanischer Yen würde ich nicht als Fluchtwährung nehmen, sondern eher im Sinne von den sogenannten Carry Trades. Was dann auch wieder durchaus sehr interessant ist. Auch ein Kommentar noch zu dem dritten Teilaspekt der Aussage, nämlich sind die Aktienindizes nicht überhitzt? Da kommt jetzt von mir, vielleicht will man das nicht hören, aber das sind sie eigentlich schon seit Jahren. Und gefühlt, ich will das ganz bewusst und ehrlich sagen, gefühlt bin ich seit drei Jahren short. Weil ich immer sage, mein Gott, die sind ja überhitzt. Wir alle wissen, es wäre falsch gewesen. Und diese Konsequenz ziehe ich natürlich auch weiter mit mir rum. Das heißt, Aktienmärkte short als globale Einschätzung habe ich mir einfach abgewöhnt. Ich kann es nur genau so sagen. Es gibt für mich keinen Grund, im Moment irgendetwas in den Aktien zu shorten. Sie haben einen langfristigen Aufwärtstrend, einen Bias. Klar, die Rallye kann immer morgens ihr Ende sein. Aber darauf jetzt zu bauen, no. Sehe ich keinen Anlass, sehe ich kein Anzeichen. Grundsätzlich, Überhitzung? Ja, aber nochmal. Das habe ich in den letzten drei Jahren, hätte ich den gleichen Satz selber auch schon zigmal gesagt. Und ich hätte immer daneben gelegen. Also sehe ich die Konsequenz und sage, no. Ich bleibe bei meiner Long-Einstellung und gut ist. Heute kam tatsächlich, wird auch nochmal gerade kommentiert, schon eine Korrektur, will ich auch nicht leugnen. Natürlich haben wir heute Abwärtsbewegungen gesehen. Aber im Big Picture hat das noch nichts geändert. Das sind wir sicherlich auch noch im Moment noch einer Meinung. Im Moment geht noch alles weiter nach oben. Kann es im Monat vorbei sein? Antwort, klar. Kann es im Jahr vorbei sein? Antwort natürlich auch wieder. Also in den letzten drei Jahren ist es immer irgendwie dann doch wieder weitergelaufen. Gut. So viel zum einen Ansatz, um Trends frühzeitig zu erkennen. Und ihr ahnt auch, ich mache nochmal bewusst, mal eben hier nochmal meinen Euro, australischen Dollar auf. Man kann halt auch mal falsch liegen. Und da kommt dann so eine Einschnürung und dann kommt dann doch erstmal wieder der Stopp los. Na Gott, ist halt so. Deswegen brauchen wir auch unbedingt, weil wir kriegen hier noch nichtmals eine 50-prozentige Trefferquote hin, deswegen brauchen wir unbedingt auch dieses höhere Chance-Risiko-Verhältnis. Ohne dem hätten wir im Trendfolgesystem keine Chance. Und deswegen auch der Appell hier mit CRVs deutlich größer als zu traden. Und jetzt habe ich gesagt, ich will es gar nicht bei einem einzigen Anlass oder bei einem einzigen, sondern auch noch einen zweiten Ansatz geben. Ihr merkt gerade, ich stocke, weil ich gerade nochmal eine Frage hier sehe, die ich auch nochmal wieder sehr gut finde, wie gerade auch schon. Kann man auch andere EMAs verwenden? Gängige EMAs sind ja zum Beispiel 20, 50, 100, 200. Antwort sofort, ja klar. Ja, es wäre schlimm, wenn nicht so ähnliche Zahlen wie die Zahlen 20, 50, 100, 200 und meine Zahlen gerade 20, 40, 80, 160, wenn davon jetzt die gesamte Strategie anhängen würde. Das wäre schlimm. Dann würde ich sie sogar gleich in Frage stellen. Die Antwort ist, ihr kommt nahezu zu den identischen Trades. Und immerhin zu den identischen Einschätzungen. Dass dann vielleicht der eine Einstieg ein bisschen früher und beim anderen ein bisschen später ist, keine Frage. Aber in der Mitnahme der längerfristigen Trendbewegungen unterscheiden sich jetzt zumindest die genannten Zahlen nicht deutlich. Andersher ist natürlich schon aus, wenn jetzt jemand vorschlägt, kann ich auch den EMA 2, 4, 8, 16 nehmen. Dann sind wir natürlich in einem anderen Boot. Aber die Zahlen, die jetzt gerade genannt wurden, hey, auch kein Problem, sind in der Tat gängige Zahlen. Kann man Trendeinstiege anhand von Korrelationen früher erkennen? Das führt mich jetzt genau über in das nächste Thema, weil wir da indirekt auch über Korrelationen reden. Also kurz nochmal ein bisschen zurückstellen, dann kommen wir nämlich auch in diese Richtung. Es gibt nämlich noch etwas Zweites. Wir sind jetzt hier, also Multiple EMA diente dazu, frühzeitig Trends zu erkennen. Wir wollen uns einen zweiten Weg noch uns angucken. Und dieser zweite Weg, der gilt jetzt ausschließlich für den Forexmarkt. Hier geht es mir nachher in Wahrheit um die Trendstärken. Also mir geht es darum, wir wissen alle, wir haben so viele Forex-Paare, aber wer ist denn nun wirklich stark? Also trendstark, nicht die Währung. Währungen interessieren mich nicht. Wer hat denn wirklich große Trendstärken? Welches Währungspaar? Und das zu identifizieren, ist einfach der zweite Ansatz unter dem Namen Lead-Lag oder zu Deutsch Stärkenschwäche. Das Ganze basiert erstmal auf etwas komplett anderem. Und wir müssen ein bisschen einführen, weil der Forex-Markt ist immer ein Markt, der in Summe ein absolut hoch korreliertes System ist. Deswegen an Peter nochmal gerne, die gerade hier die Frage um Korrelationen aufgestellt hat. Jetzt komme ich schon mit der Antwort, hey, hier gibt es ein hoch korreliertes System. Also deswegen auch diese Art von Überleitung von mir gerade. Und noch ein Nebensatz, ob statt EMA auch SMA gehen. Prinzipiell ist die Antwort dazu erstmal ja. Die Unterschiede sind zwar absolut vorhanden und mathematisch sogar ganz brillant zu zeigen und aufzuzeigen, aber für die Art der Strategie spielte das auch nicht so viel eine so große Rolle. Es geht ja immer darum, Korrekturen zu erkennen und das ist die Aufgabe. Der Forex-Markt ist hoch korreliert. Warum sage ich das so betont? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Angenommen, der Euro-US-Dollar, der steigt. Wenn der brutal steigt, was er ja gerade aktuell seit einigen Tagen auch tatsächlich tut. Wenn dem der Fall ist, also der Euro-US-Dollar steigt, dann kann ich eins mit Sicherheit sagen, dass mindestens eine von meinen zwei Aussagen richtig ist. Nämlich entweder es tut sich in diesem ganzen Euro irgendwas, auch jede Menge oder es muss sich irgendwas in den US-Dollar irgendwas, ebenfalls ganz viel tun. Es kann auch beides gleichzeitig vorliegen. Was aber nicht sein kann ist, dass nur der Euro-US-Dollar steigt und sonst in keinem der ganzen vielen anderen Währungspaare, in denen entweder der Euro oder der US-Dollar drin vorkommt, dass nicht irgendwo auch was noch mit passiert. Das geht nicht. Das wird immer so gerne übersehen und überschätzt oder unterschätzt. Ein Währungspaar ist kein Einzeluniversum. Also der DAX kann gerne alleine steigen. Da muss der S&P nicht auch steigen und der, welcher als andere Aktienindex. Nein, der DAX kann auch ganz brav als einziger auf der ganzen Welt einfach steigen. Theoretisch. Im Euro-US-Dollar geht das nicht. Der Euro-US-Dollar kann nicht einfach steigen, ohne dass nicht wenigstens in irgendeinem Euro irgendwas anderem auch was passiert oder halt in einem US-Dollar irgendwas anderem. Das geht nicht, weil wir handeln Paare. Forex Pairs. So heißen sie ja auch. Und in Wahrheit handeln wir ja nicht Euro-US-Dollar, sondern wir handeln den Euro gegen den US-Dollar. Das ist ja so, als wenn man Geld umtauscht. Also wir handeln eigentlich zwei Währungen, nämlich den Euro, den wir alle nur zu gut als physische Währung kennen, aber naja, US-Dollar ist halt auch eine Währung. Und wir handeln den Wechsel zwischen diesen beiden Währungen. Naja, und wenn jetzt kommen wir zur normalen bildlichen Sprache eines Forex-Paars. Der Euro wird stark, liest man ja schon mal. Oder der US-Dollar wird gerade schwach. Ja, dann wird er sicherlich nicht nur gegenüber einem, sondern dann bestimmt, also gegenüber einem anderen, sondern dann halt auch noch gegenüber anderen. Und deswegen ist der gesamte Forex-Markt, der besteht ja nur aus einer Liste von Währungen in Summe auch absolut hoch korreliert. Und das können wir uns ausnutzen. Ich will es aber zunächst mal nochmal kurz an einem Beispiel zeigen oder sagen. Nämlich, wenn wir einfach mal hier auf drei verschiedene Forex-Paare ein bisschen genauer schauen. Wenn man sich zum Beispiel den Euro-US-Dollar anschaut, den Euro-japanischen Yen betrachtet, also diese zwei. Dann weiß man de facto eigentlich alles über den US-Dollar, japanischen Yen. Warum? Wäre eigentlich klar, wenn man das ganze Ding mal als Quotient schreibt. Und so habe ich es hier auch nochmal ein bisschen illustriert. Nämlich, wenn man mal einfach statt Euro-japanischer Yen Euro dividiert durch japanischer Yen schreibt. Und dividiert das Ganze jetzt durch den Euro, dividiert durch den US-Dollar. und sich jetzt an früheste Schul-Kindzeit-Zeiten erinnert und sagt, hey, in so doppelten Brüchen, da kann man ja kürzen. Dann, das ist in der Tat absolut mathematisch korrekt, was hier gerade passiert. Hier kann man nämlich den Euro rauskürzen und übrig bleibt US-Dollar gegen japanischer Yen. Ja, und genau das war meine Aussage. Kenne ich Euro-japanische Yen, kenne ich Euro-US-Dollar, kenne ich alles über den US-Dollar japanischen Yen. Und das heißt eine Menge. Jetzt fielst du gerade noch auf eine ganz andere Währung, deswegen seht ihr mich gerade wieder stocken, weil ich länger nachdenken musste, über welche Währung hier gerade geredet wird. DKK, ich glaube, das sind die dänischen Kronen, steigt auch wegen der 3%-Regel. Da muss ich jetzt gerade passen, was die 3%-Regel ist. Habe ich jetzt nicht am Radar, vielleicht nochmal einen kurzen Satz dazu schreiben. Habe ich jetzt zumindest nicht auf dem Radar. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Kursbasierung, dass der in einer bestimmten Korrelation gehalten werden soll. Vermute ich jetzt mal, dass es dahinter geht. Okay. Ich bin gerade schon mal hingewiesen. Man kann natürlich hier auch aus meinem Dreier-Universum, was ich hier gebildet habe, die Quotienten auch in beliebiger anderen Reihenfolge bilden und kriege dann immer jeweils den anderen raus. Gucken wir das dann ganz kurz mal eben an einem Chart an. Dann wird schon mal so einiges ersichtlich. Und da will ich mal eben auf ein anderes Profil wechseln, nur um das hier mal auch ein bisschen im Chart wieder zu zeigen. Ihr merkt, wir haben heute eine nicht ganz so mathematisch orientierte Runde, sondern wir gehen heute natürlich auf diskretionäre Ansätze. Bleiben wir mal zunächst in den zwei linken Bildern. Und ich halte mal mein Go-To-Bedienpanel, Go-To-Webinar-Bedienpanel hier nochmal auch ein bisschen noch neben den zwei ersten Charts. Wir sehen einen herrlichen Anstieg Euro-US-Dollar. Wir sehen im Euro-japanischen Yen erstmal einen Anstieg und dann einen Abfall. Ja, jetzt gucken wir uns mal den US-Dollar-japanischen Yen an und sehen eigentlich, der ist im freien Fall. Warum? Gehen wir mal wieder auf das, was wir gerade ein. Also Euro-US-Dollar steigt, 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 steigt. In der jüngeren Vergangenheit, wohlgemerkt in der jüngeren, also hier, ab da, fällt der Euro-Yen. Na, wenn wir das haben, dass der eine steigt und der andere auch noch fällt, dann bedeutet das für den Quotienten sozusagen in Anführungsstrichen Weltuntergang. Und deswegen haben wir jetzt hier eine herrliche Situation. Wer also auf dem Chartradar Euro-US-Dollar hat und hat auf dem Chartradar Euro-japanischer Yen und sieht diese Konstellation, der eine steigt, der andere fällt. Genial. Jetzt wird es Zeit, US-Dollar-Japanischer Yen an sich anzugucken. Der ist nämlich dann richtig, da ist dann trendmäßig richtig was los. Und zwar richtig. Und genau so, also sieht man es natürlich jetzt hier auch sofort im Chart. Ich schiebe den mal gerade so ein bisschen hier rüber, damit er es auch vielleicht auch alle wieder neben dem Control Panel hat. Hey, in dem ist dann richtig was los. Und genau so wollen wir das Ganze aufziehen. Also, wir suchen Stärke, wir suchen Schwäche. Also, ich gehe erst mal auf die Folie und dann wieder zurück ins MT4. Um das Ganze ein bisschen zu systematisieren, ziehe ich für mein diskretionäres Traden die Strategie folgendermaßen auf. Ich bilde mir, und das zeige ich auch gleich wieder im MT4, einfach, ich gucke auf sechs Charts. Nicht mehr auf ganz so viele wie gerade, sondern ich gucke auf sechs. Sechs, die ich mir tatsächlich simultan angucke. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Ich will die nicht da nehmen, um dann direkt Chartanalyse zu betreiben. Nee, nee, das sind immer Übersichtsbilder, aus denen ich nur eine Schlussfolgerung ziehe. Und dann wechsle ich immer in den einen und der wird dann genauer analysiert. Ich gucke mir also diese sechs an. Und sozusagen, wir Euro-Menschen haben den Vorteil, dass der Euro immer im Vornamen steht. Also, bei mir heißen Werbungspaare, haben immer einen Vornamen und Nachnamen. Also, Vorname Euro, Nachname australischer Dollar. Und der Euro steht immer im Vornamen. Natürlich wird das Ganze ein bisschen einfacher. Der Amerikaner hätte es ein bisschen schwerer. Der Brite geht so. Der hat nur gegenüber dem Euro ein Problem. Ansonsten steht er auch immer vorne. Aber, wie dem auch sei, wir haben es einfach, wir gucken uns diese sechs Chart an. Und wenn ich mir diese sechs Währungspaare angucke, schaue ich mir in Wahrheit sieben Währungen an. Also, die sechsmal im Nachnamen und Euro im Vornamen. Und wenn ich das genauso tue, dann habe ich 21 Forexpaare genau im Radar. Also, ich weiß dann alles. Ich weiß alles über 21 Forexpaare. Und das ist genau das, was ich erzielen will. Übrigens schon mal vorab, kleine Empfehlung, gerne Euro, Schweizer Franken gegen Euro, Neuseelandischen Dollar austauschen. Weil Euro, Schweizer Franken ist ohnehin eigentlich ein ziemlich langweiliges Währungspaar. Hätte es da nicht vor anderthalb Jahren mal ein Ereignis gegeben, wäre es, glaube ich, endgültig eingeschlafen. Aber ansonsten gerne auch gegen Euro, Neuseeland, Dollar austauschen. Bleiben dann immer noch 21 Währungspaare. Und ist super interessant. Was machen wir? Na, wir suchen einfach den Kandidaten mit dem besten Aufwärtstrend. Und wir suchen den Kandidaten mit dem besten Abwärtstrend. Der Vollständigkeit halber will ich sagen, dass wir nachher noch einen Sonderfall, genau genommen zwei Sonderfälle berücksichtigen müssen. Nämlich den Fall, wenn alle sechs zum Beispiel aufwärts gehen oder alle sechs gerade abwärts gehen. Das ist dann ein Bild, dann so ein kleiner Sonderfall. Aber tun wir mal eben kurz so, als ob wir einen, wir haben einen mit dem besten Aufwärtstrend von den Sechsen und einen mit dem besten Abwärtstrend von den Sechsen. Was gucken wir uns anschließend genauer an? Na, na, die Kombination aus genau den beiden. Wir machen gleich ein Beispiel, dann wird es nochmal deutlich. Vorweg nochmal, Sonderfall. Alle gehen aufwärts, dann bleibt nachher mein Trading-Kandidat, genau der, der am stärksten aufwärts geht. Und gehen alle nach Süden, dann ist mein Trading-Kandidat der, der am stärksten abwärts geht. Der Trade selbst wird dann in diesem Kombinierten diskretionär abgeleitet. Wir werden sehen, das geht dann wieder genau wie gerade und ist dann Standard-Traden. Aber wozu also das Ganze? Na, um den besten Trend überhaupt zu erwischen und in den, der am Trendstärksten ist, auch dann einen Trade zu finden, in den reinzukommen. Das heißt jetzt nicht, dass man dann immer gleich Market reinhüpfen muss, um Gottes Willen, sondern dann einfach, so wie ihr es gewohnt seid, dann einen entsprechenden Trade-Up leiten. Kleine Hilfestellungen will ich schon mal hier schriftlich auch erwähnt haben. Gerne einfach auch noch ein EMA reinsetzen. Das hilft manchmal, um besser zu erkennen, wer der beste Aufwärtstrendige oder Abwärtstrendige ist. Oder noch ein kleiner Trick, man malt so ein Rechteck rein. Das will ich auch gleich nochmal zeigen. Diese Rechtecke haben dann einfach eine prozentual gleiche Größe. Klingt immer so wahnsinnig kompliziert. Deswegen wechseln wir lieber in MT4 und dann wird es auch wieder sofort deutlich. So, wieder ein anderes Profil. Kann ich übrigens nur empfehlen. Profile sind herrlich, weil man muss ja die Charts nicht immer alle neu erfinden, wenn man ohnehin jeden Tag auf das Gleiche von Neuen schaut. Also, gehen wir jetzt hier auf das Profil mit meinen sechs Währungspaaren. Und dann nehmen wir nochmal eben hier was raus, was uns nur verwirrt, weil das brauchen wir nur gerade nicht. So, da haben wir es. So, wir haben unsere sechs Währungspaare, so wie ich es gerade auch gezeigt habe. Und jetzt geht es einfach um die Frage, hey, wer geht am steilsten nach oben und wer geht am steilsten nach unten? Jetzt ist es manchmal nicht so ganz einfach. Ich könnte ja jetzt hier vielleicht Wetten annehmen oder so ähnlich, wer denn hier am steilsten nach oben oder wer am steilsten nach unten geht. Manchmal ist es eindeutig, manchmal ist es halt nicht ganz so eindeutig. Also, wer geht am steilsten nach unten? Sind wir uns, glaube ich, relativ schnell alle einig? Hey, Euro, japanischer Yen. In diesem Chart, und ich habe jetzt gerade einen M15-Chart, geht der am eindeutigsten nach unten. Und wer geht am steilsten nach oben? Naja, vielleicht Euro-US-Dollar, vielleicht Euro-Kanalischer-Dollar. Das tut dann übrigens auch nicht ganz so zur Sache. Ich will nur auf eins noch hinweisen. Ich habe hier deswegen solche Rechtecke eingemalt. Die haben alle eins gemeinsam. Nämlich, sie sind 0,1% hoch. Warum mache ich sowas komisches? Sie sind alle, also die obere Ecke und die untere Ecke liegen 0,1% auseinander. Das mache ich aus einem einzigen Grund. Wie ihr seht, sind ja visuell meine kleinen Rechtecke hier unterschiedlich groß. Also, das schmalste Rechteck, also das kleinste von der Höhe, ist hier im Euro-Japanischen Yen. Und wenn ich jetzt die Charts gegeneinander vergleichen will, müsste ich eigentlich erst alle so skalieren, dass alle sich am kleinsten ausrichten. Und ihr seht schon sofort, was hier passiert. Dann wird langsam mein Euro, Schweizer Franken, wirklich flach wie eine Flunder. Und man kriegt ein etwas objektiveres Bild. Also, ich mache das tatsächlich jetzt gerade visuell. Und es wird auch vielleicht nicht genau stimmen. Dass die visuell alle gleich groß sind. Und dann habe ich es etwas besser möglich, zu fragen, wer hat die größte und wer hat die kleinste Steigung. Sonst unterliege ich schon mal gerne, gerade beim Euro-Schweizer Franken, immer, hey, sieht gerade aus wie eine Monstersteigung. In Wahrheit ist es aber auch nur so ein kleines Rumgezappeln in der Seitwärtsbewegung. Also, das nur mal als kleiner Trick, um sowas zu machen. Und um das einmal ganz kurz zu zeigen, was tue ich in Wahrheit. Ich male zunächst ein Rechteck einfach ein. Also, zum Beispiel so. Klicke es an, gehe dann in die Eigenschaften. Und habe jetzt hier die obere Kante und hier unten die untere Kante. Und ich nehme dann einfach die obere Kante, nehme mir den Taschenrechner, multipliziere es beispielsweise jetzt hier für einen 15-Chart mit 0,999. Und damit weiß ich, hey, mein Rechteck ist 0,1% hoch. Und das mache ich halt in allen sechs Charts. So sind sie dann gleich skaliert. An dem, wer den Abwärtstrend hat, hat sich nichts geändert. Aufwärtstrend, naja, vielleicht so kleine Nase vorn, Euro-kanalischer Dollar. Naja, und jetzt ist die Story einfach. Wenn Euro-kanalischer Dollar die größte Aufwärtsbewegung hat, Euro-japanischer Yen die größte Abwärtsbewegung hat, wer ist mein Trading-Kandidat? Wer hat die größte Trendstärke überhaupt? Das Trendstärke darf dann gerne auch ein Minuszeichen haben. Na, kanadischer Dollar gegen japanischer Yen. That's it. Und wenn wir den haben, den haben wir uns jetzt identifiziert, dann machen wir den als Chart auf. Und den gucken wir uns jetzt an und fragen, hey, wie können wir denn hier einen Trade platzieren? Also, dass das Ding abstürzt, wissen wir, haben wir jetzt sozusagen kapiert, damit auch sofort klar, Long Trade verbietet sich. Mache ich nicht. Short Trade ist angesagt. Damit haben wir jetzt auf der M15-Zeitskala, ich habe jetzt bewusst gerade mal eine kleine genommen, geht aber genauso gut dann auch auf anderen Zeitskalen, weiß ich. Der Trendstärkste auf M15-Basis ist kanadischer Dollar, japanischer Yen. Hier gilt es jetzt, meinen Trade zu identifizieren. Da wir aktuell gerade ein bisschen nach oben kommen, könnte man sogar schon bald in Versuchung kommen, Market Short zu gehen. Oder man macht natürlich hier wieder genau ein ähnliches Vorgehen, wie wir es gerade auch schon mal besprochen hatten. Man legt beispielsweise vielleicht hier sich so ein Level hin und sagt, okay, bis dahin soll er nochmal einmal hoch. Stop-Loss darf dann auch gerne nochmal ein bisschen höher sein. Das könnt ihr genau nach den üblichen Regeln der Kunst platzieren. Aber was wir jetzt haben ist, wir haben den Trend auf unserer Seite. Und das ist das, was wir hier erzielen wollten. Wir wollten den Trend, den Bias, den Edge, die Vorzugsrichtung, welchen Namen auch immer. Aber den wollen wir mit uns haben. Und wir wollen auf jeden Fall nicht dagegen handeln. Und das Gute ist, wir haben aus unserem Forex-Universum, aus unserem kleinen, in dem Fall 21 verschiedenen Paare, haben wir den herausgefiltert, der einfach die höchste Steigung hat. Einfach über dieses Konzept, hey, ich suche mir den Stärksten, ich suche mir den Schwächsten. Stärkste war hier, also stärkste Aufwärtsbewegung war der Euro-Kanadische Dollar. Stärkste Abwärtsbewegung war Euro-Japanischer Yen. Also trade ich genau die Kombination aus den beiden. Und das ist dann halt Kanadischer oder Japanischer Yen. Und das ist jetzt der Filter. Den Trade selbst muss ich natürlich wie immer selber eingehen. Und hier gibt es diese normale Optionen, wie man halt, wie immer zu Trades kommt. Der eine bevorzugt eher das Reinspringen. Also beispielsweise jetzt Market Short. Der andere sagt, hey, nee, ich will immer erst noch einen kleinen Rücksetzer haben. Und dann gehe ich erst in den Trade. Alles möglich und will ich auch überhaupt nicht pauschal Aussagen darüber machen, welche Variante an der Stelle die bessere ist. Die eigentliche Aussage ist die, sich auf den Trend zu setzen und den rauszufiltern. Weil diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil, den haben jetzt all diese Trades gemeinsam, die Vorzugsrichtung hier geht nach Süden. Ist das Gesetz, dass das Ding wirklich jetzt einfach nur nach Süden gehen kann? Natürlich nicht. Der kann auch jetzt gerade drehen. Das weiß weder ich noch sonst jemand. Ob der jetzt hier ab genau hier wieder nach oben geht. Das weiß kein Mensch. Ich weiß nur, dass ich den Trend bei meinem Vorgehen auf meiner Seite habe. Und diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil, den will ich für den Trade verwenden. Und das ist genau das Element, was mir hier wirklich einen schon nicht unerheblichen Vorteil verschafft. Und so komme ich halt in den Trend und dann in der Selektion auf denjenigen, der auch die allerhöchste Trendstärke schlechthin aufweist. Ja, das war es schon. Das war die Sache rund um die Trendfolgestrategien. Einfach, um nochmal auch ein bisschen darüber zu verlieren, warum überhaupt Trendfolge. Und erinnert euch daran, die starken Trends sind genau eine Abweichung vom Zufall. Und das ist immer ein Element, was wir zum Traden grundsätzlich bevorzugen sollten. Immer diese Abweichung vom Zufall. Wir haben jetzt hier zwei Beispiele kennengelernt, wie wir den Trend identifizieren und dann traden können. Nämlich einmal als frühen Einstieg. Da ist dann die Multiple EMA-Strategie sehr geeignet. Und auf dieses Zusammenschnüren von EMAs zu warten. Oder wir identifizieren einfach aus unserem Forex-Universum den Trendstärksten überhaupt. Das kann man dann übrigens auch auf verschiedenen Zeitebenen machen. Und gehen dann in dem Identifizierten unseren Trade ein. Und so wird ein Shoot raus. Und wir haben zwei Varianten von Trendfolgestrategien in unserem Portfolio. Wer noch mal im Nachgang Fragen hat, die Slides dann hier vergessen hat runterzuladen, wie auch immer, kein Problem. Ich weiß, mein Nachname ist nicht der einfachste. Redet mich deswegen auf jeden Fall gerne und sofort mit Stefan an. Wie mein Nachnamen geschrieben wird, steht hier jetzt gerade nochmal. Friedrichowski ist ziemlich einzigartig oder relativ oder fast. Er erwischt mich direkt unter dieser E-Mail-Adresse natürlich jederzeit. Ich helfe euch da gerne weiter. Morgen Vormittag kommt dann auch die Aufzeichnung. Hier gleich wieder online auf den YouTube-Channel. Direkt auch bei JFD natürlich. Und so soll es für heute Abend soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Einblicke geben in auch meine Denkweise und den Blick auf die Märkte und auf das Traden im Allgemeinen. Und hoffe euch einfach wieder bei meiner nächsten Gelegenheit dabei zu haben. Aber schaut auch mal gerne herein. Die weiteren Kollegen sind tolle Sachen dabei. Letzte Woche habe ich einiges mal live mitgekriegt. Da war die Gelegenheit, direkt in Warner zu sein. Haben ein paar Sachen noch extra gemacht. Tolle Kollegen. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal rein. Okay. Soweit schon mal. Vielen Dank. Ich will noch nicht direkt auflegen. Ich gucke noch mal kurz, ob es noch Fragen direkt gab. Nein, Fragen waren nicht. Aber vielen Dank auf jeden Fall für das Lob, was ich hier gerade schon lese. Also, sehr, sehr vielen Dank. Also, macht's gut. Schönen Abend bei euch allen noch. Und schaut einfach wieder auf die Seite bei JFT Brokers. Ihr findet dann auch sicherlich schnell und einfach den Weg zu den nächsten Seminaren. Macht's gut und auch schönen Abend. Tschö. schönen Abend bei euch allen noch. Vielen Dank.